Ein Schäfchen namens Susi. Ich bin da, ruft Mama. Noch im Mantel kommt sie ins Wohnzimmer und wirft ihren Mama-Rundum-Blick auf alles. Nichts ist kaputt gegangen, nichts umgefallen, Paul und Sophie sitzen friedlich am Tisch. Schon will sie wieder hinausgehen, um den Mantel und die Schuhe auszuziehen. Da entdeckt sie die kleine Figur mit dem langen roten Kleid und dem blauen Sternenumhang. Die Maria, ruft sie verwundert. Das ist ja meine Maria. Wie kommt die denn hierher? Mit der Post für mich und Sophie, antwortet Paul und zeigt auf das zerknüllte Papier. Mama macht das Papier glatt und liest die Adresse. Sagt sie. Ja, stimmt. Aber wer hat das Päckchen geschickt? Es steht kein Absender drauf. Vielleicht der Weihnachtsmann? Überlegt Sophie. Mama nimmt die Maria vom Tisch. Meine Maria. Sagt sie und es klingt fast so zärtlich, wie wenn sie Sophie auf den Schoß nimmt und meine Sophie sagt. Nein, nein, sie gehört uns. Es steht auf der Adresse. Rufen Paul und Sophie. Mama lacht. Ja, ja, meinetwegen. Jetzt gehört sie euch. Sagt sie. Aber als ich so alt war wie Paul, da hat sie mir gehört. Sie dreht die Maria nach allen Seiten. Oh je, der Sternenumhang ist ausgefranst. Und eigentlich hatte die Maria auch noch ein Spitzentuch. Das hat sie um den Kopf gehabt. Richtig vornehmen hat sie damit ausgesehen. Und dann hast du mit ihr gespielt? Sagt Sophie und schielt zu Paul hinüber. In der Puppenstube? Nein, nein, antwortet Mama. Sie gehörte doch zu der Weihnachtskrippe, die ich zusammen mit meiner Freundin Sabine gebastelt habe. Siehst du? Triumphiert Paul. Wie ich es dir gesagt habe. Dann nimmt er die Schachtel, kramt zwischen dem Seidenpapier und sagt. Vielleicht ist das Spitzentuch noch da drin. Plötzlich stockt er. Er hält ein Schäfchen in der Hand. Ein niedliches Schäfchen mit einem Fell aus lauter aufgeklebten Wolllöckchen. Oh, oh, schreit Sophie. Das darf ich aber haben für den Bauernhof. Du Dumme, sagt Paul. Das ist nicht zum Spielen. Das hat doch auch zu der Weihnachtskrippe gehört. Mama aber nimmt das Schäfchen, streicht über die Wolllöckchen und sagt. Das war mein Lieblingsschäfchen. Ich habe es Susi genannt. Ich habe es Susi genannt.